. Hallo, euer Beikügel. Ich wieder mit der Rechhandlikone und dem Rostikanal zu über kleine FNAF-Ban-Game und ich wieder mit 29-Funking in der Psyc-Engine gemacht, Flip-Beer-Funking. Tja wohl, wie gesagt, ich bin der Psyc-Engine, kenn ich nicht, hab noch nie gehört davon. Vor allem, ganz herzlichen Dank, alle Sonnenstützer, oh, ist ja gar nicht machbar und soll ich sehen, wäre vielen lieben Dank dafür. Tut mir leid, es kommt halt wirklich im Moment gar nichts raus. Press Enter to start. Beginn. Ich bin ein David Bowes Spiel, sowas von schlecht. Freeplay. Mind it up. Story mode, story mode, the moment story mode. Tutorial. Easy. Ah, Tutorial. Tutorial. Ich kapier's auch mal, das Spiel kapier ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. 3, 2, 1, down. Ah Gott, muss ich immer gerne auf dem Punkt sein. Oh, jeez. Oh, jeez. Really? Scheiße, what the fool. Juck, geh fort, das ist das. Down, down, up. Down, down, rechts. Oh, scheiße. De-eh, eh, 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 eh. Oh, man. Aber kapiert hab ich's. Kapiert, aber mit den Richtungstasten. Ja, WONDERFUL! Wie schlecht! Äh... In the lake! Alright! Jo... Aber es kommt halt merklich nichts raus! Und ich bin da mit... Ich mit meinen Korn! You're still an obstacle towards my goal! We can play games all day! But you can't escape the consequences! Aber die Grafik sieht ja schon mal cool aus! Also, die Engine scheint nicht schlecht zu sein! D-d-d-d-d-drei Minuten! Ach, da haben wir ja... B-b-b-b-b-b-b-b... Wenn man nicht so schlecht wäre wie ich... Wäre das schon Spaß machen, ne? Jo, jo, jo! What? Really? Ich, ich- ich muss es ja mit dem Richtungs... Ich muss es ja mit dem Richtungs- Ich muss es ja mit dem Richtungs- Ich muss es ja mit dem Richtungs- Tasten machen! What the fool! Und wie schnell! 3, 2, 1, down! Bum bu dum bu dum bum 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 eh oh 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 eh oh eh oh eh eh oh eh 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 Wenn das ein bisschen langsamer anfangen würde dann peu am peu schneller werden würde, wäre das ja ein fein'e Sache Leute, wie soll ich das machen? Das ist doch für mich... Alter Mann, Ampelie, wenn ich das mit einer Maus machen könnte, dann hätte ich vielleicht noch eine Chance, einigermaßen, wenn man draufklicken könnte, aber so. Ah, ich kann doch mit BSD machen. Da bin ich noch schlechter. Man kann es auch mit BSD machen. Ah, da bin ich noch schlechter. Last try. 3, 2, 1, go! 3, 2, go! So die Grafik ist schon cool gemacht. Der Sound ist ja auch cool. What the hell? Ahahahahaha! What all? Oh, ah, gut von der... No, no, no. Old Man consequences. Yes. Ja, Freunde, ich spiel's mal auf... Ich probier's mal auf easy. Auf easy. Hard. Ich spiel's mal auf easy. Auf leicht. Auf normal ist's etwas schwieriger. Ich muss das ganze Toten... Aber diese Zwischensequenz sieht schon cool aus. Aber die kann man wirklich nicht nutzen. Also... Vom Grafischen her... Sieht's cool aus. Klar ist jetzt nicht so... 3, 2, 1, go! Oh, ich weiß jetzt. Es ist jetzt easy. Easy. Ah, ja. Bleib mal gespannt auf easy. What? Nooo. Ich hätte glaub ich gar nichts machen sollen. Ja, Freunde. Wie gesagt. Ihr könnt euch da gerne selber unterladen. Dieses... Flippenbier... Franken... Gedönster. Ihr habt keine Ahnung. Bier mit einer guten Ferne. Recht hat's bei euch. Für's Zusehen. Würde uns freuen, wenn ihr damit einschalten wollt. Wenn wir zum Rollstinkern alle bitten. Bemerket doch das Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert den Glocken. Und falls ihr kein Abo habt. Köpchen drücken. Press H&B. Und dann schreibt was. Genießt das Leben am Spaß. Passt auf euch auf. Übertreibt es jetzt. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschöö. Wir empfehlen uns. Euer Rossi. Say you a good night. Stay healthy. Bye bye.